Also, ich mach jetzt goldener Geschenk. Was ist das für ne Scheiße? Jetzt öffnen! Ah, ja, da ist er. Achtung, was bekomm ich? Ich hab einfach X gedrückt, Alter. Äh? Und ich bekomme... Scheiß-Trick! Ich hab die ganze Zeit nur Kack-Items. Ich hab schon fünfmal diese komische Porten gehabt. Was weiß ich was, Alter. Ich hab das ja noch keinen einzigen Pümpel, z.B. Oder Spike oder sowas. Jawoll, Alter! Alter, was ist hier los? Nee, seltsches Mann. Oh, MFG. Jetzt musst du safen. Okay, ich hab Box-Punch-Ul, ich geh nach hinten. Ich hab'n safe und safe. Boah, jawoll. Alter, der ist... DIGA! Zungen im Leben. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Zeig her. 119. BAM! 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 Damit 200 kmh den Kackball hin... ich barr' mir diese Anfahr-Sounds vom... vom... wie heißt das, Herr Rapp? Alterite Bzw 폭... Junge... Kompletter Ape-Shit. Alter! Geht sie mir an der Decke rumbacken? Was? Wir hatten beide den Tornado. Dann haben wir uns beide gegenseitig hochgefetzt und an der Decke rumgebackt. Ich weiß nicht, dass das geht, ey. Nein, verdammt. Sehr viele Punkte. Wie viel denn? Sechs. Sechs? Ich meine, es sei noch drüben. Baby, hilf! Piss dich! Scheiße! Was? Einen liegen muss zu befordern oder was? Nein! Ich hab den einfach einfach so gehintet und hab ich gesehen, der geht rein. Habe ich gesehen, der geht rein und hab ich einfach noch das scheiß Alte mal hingelegt. Mann! Ich weiß auch, wer da vorne ist das Alte. Nee! 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 Na! Ich bin so ein Spast! Ich dachte, ich hatte nen Boxhandschuhe! Alter! Ich dachte, ich hatte nen Boxhandschuhe! Hörger! Alter! Du hast einen nicht mehr kippen! Hörger! 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 Was ist denn? Hörger! Du hast doch Video! Alter, halt zum Maul! Alter, halt zum Maul! Was ist das? Gib dir das! Gib dir das! Hahahaha 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 Ja Ich hab kein... Ich hab's safe, safe Ich muss erst sagen Och mein Gott LOL Da wäre ich auf Tee gerade gerade Hahahaha Ich hab's safe, safe Da hast du! Was? Hä? Bitte, was ein scheiß Bug alter Hast du das gesehen? Hä? Das Ding hat mich nach hinten gefetzt Hä? Was ist hier random? LOL Warum? Keine Ahnung Hä, du hast das eingesetzt und bist nach hinten geflogen Ja, ja genau Vielleicht weil der Ball so schnell Keine Ahnung Nee, das macht keinen Sinn Das gibt keinen Sinn Das ist einfach straight ein Bug Ja, ne das macht echt Ja, ne das macht echt Game breaking Bugs hier, Alter Das ist doch kein Saver-Safe mehr Was sind das für eine Scheiße? Nein! Oh Mann Ja, boah Das war nie das Tor Alles klar Wie random Weggeportet Und dann gekickt Von meinem Tor Alter 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 Ich hab mich gerade hinten, Alter Alter, was ein Assi, ey Was? Und dann mal hat er gezählt Ob man das überhaupt sieht Nee Ich hab den gefreezed, Alter Ich wollte ihn dann reinmachen Ja Hach Es wird wieder Abstand Juge Wilde, ey Wie es überhaupt geht, ey Wow, Fliegs Fliegs Nice Alter, war das billig, wie lange ich da gestanden habe und auf den Ball gewartet habe. Komm her, komm her. Das war zu viel, das war zu viel gerade. Du hast dringend im Mund. Ich hab fast nur dringend ausgespust. Was? Bitte? Was? Ach, das ist dein scheiß Tornado oder was? Als ob! Nee, das war nicht mal glätaktisch. Ach, als ob! Noch nie so ein krass Stil gesehen. Gestern, Alter. Gestern war der heftigste. Wow, Alter. Ich hab das Tornado. Ja. Ich hab das Tornado. Ich hab den Magnet eingesetzt, oder? Ach nee, ja. Ach so, weil du das noch eingesetzt hast. Ja, den Pumple. Ich hab den Pumple. Ich hab den Pumple sogar finanziell rausgezogen. Rausgezogen, ja. Nein. Oh, schön. Oh mein Gott. Wow. What? What? Was war das für ein kranker Play? Oh Mann, erst der Save hier und dann... Was? Ne Hepa! Gelump! Fuck, ich wollte immer nur mitzupassen. Wow! Schwitzer, Wichter. Und gepachtet. Schwichser. Wichter. Oh, wie schön. Ich muss gleich stehen, Alter. Wie geil ist der Cliff eigentlich mit den tausend Karab. Oh, wie schön. Oh, stark, Alter. Uh, erst die Abwehr, dann wie er passt. Und ab. Und win, win, win. Oh, was auch knapp, ey. No. Nein. Ich bin so kacke. Wie sagt das, Niki? Ja. Ja, das ist es, Alter. Oh. Kindlich. Die Stimme reingefatzt haben, Alter. Junge. Warte. Warte. Wenn wir abgenommen hat, aber da einfach rumgefetzt ist. Ja. Nice. Wow. Spikes. Hab ihn schon eingesetzt. Oh mein Gott, fliegs! Stark, Alter. Wenn ich einfach nur hochgefetzt hab. Ja, voll gut. Junge, das war ja richtig schön auch gefangen tatsächlich, den... Und dann runter. Abfahrt. Abfahrt. Nein. Oh. Jetzt aber schnell. Oh Gott. Loll, der eine hatte grad, hatte grad die Faust und ich hab den zerstört. Vielleicht ist sie gerade weggegangen. Und da, guck. Jetzt war ich da rüber. Und auch den Kaput. Loll. Obwohl der die Faust hatte, ich nicht. Das sollte Ike nicht so funktionieren. Ja, ein bisschen besser. Nein, toll. Auch gehabt. Jetzt einer den Rebound. Was war das? Was ist da passiert? Wow! Oh mein Gott! Das will ich sehen. Alter! Wow! Junge, der hat mir ein Doppel reingemacht. Holy shit. Ja, aber es klingt mir ja nix. Ich muss ja den Ball so aufnehmen. Kann ich nicht einsetzen? Na, das tut. Ich hab gar nicht gesehen, was passiert ist. Das war Asoziales-Brandom. Alter, Niki! Die Ceiling-Dot! Was? Ich hab nur eine Zeugschlimm für. Was? Gut. Ich glaub, er wartet der letzte Zwei zum Bein. Da kam nichts. Das ist doch richtig schlafen. Alter! Nein! Das hätte ich so gespeichert! Was? Ich hab nur eine Zeug gemacht.